Ich glaube, das wird der beste Blaumachttag überhaupt. Ja, aber was wollen wir unternehmen? Ich will heute mal was Neues erleben. Sag mal, lutscht der Typ gerade seinen Schwanz? Ja, Tesla-Fahrer lutschen alle ihren Schwanz. Deswegen hat der Wagen auch einen Autopilot. Die Software scheint noch voller Bugs zu sein. Er ist tot. Der Arme, er kam und ging im selben Moment. Ja, ja, aber sieh mal im Kofferraum. Wir sind Rich-Fitz. Warte mal, wir sind Cops. Wir müssen es melden. Ja, ja, schon klar. Cops sollten sowas melden. Aber heute sind wir keine Cops. Heute sind wir nur zwei Dudes, die Blaumachen. Na ja, nur ein Dude. Der andere ist ne Pussy. Klappe zu, du Penner! Ey, wenn wir's melden, weiß der Chief, dass wir gelogen haben. Ja, du hast schon recht. Und ein Toter kann das Geld nicht mehr gebrauchen. Aber trotzdem fühle ich mich schlecht, wenn wir die Leiche zurücklaufen. Wer hätte gedacht, dass Teslas so beliebt sind? Ich denke das. Hallo, ich bin Elon Musk.